ja jetzt endgültig dann dauerbaustelle das bachlauf aquarium also rückbau ist in jedem falle beschlossene sache das muss so sein es knackt mittlerweile auch extrem metallig also meiner frau ist das aufgefallen sie hat gesagt hab na hast du das mal gehört ab und zu knackt so wie als wenn irgendwie ja man mit einem schlüssel gegen metall stößt ich habe nie wirklich darauf geachtet aber ich habe es dann selbst heute morgen und auch gestern abend auch schon mal gehört so alle paar stunden so knack 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 ja also irgendwas scheint mir dieser metall-eisen-zerstrebung da hinten eben was diese marmorblatte hält nicht mehr ganz so wirklich in ordnung zu sein eigentlich der erklärung die vielen wasserschäden die bei uns nach über uns gab es einen wasserschaden unter uns gab es einen wasserschaden also in den letzten vier jahren war viel wasser was die decken hinauf und wieder runter ist also hinauf natürlich in dem sinne weil verdunstungswasser wenn es trocknet geht es natürlich auch wieder hoch ja da kann natürlich irgendwas nach geben auch wenn es eigentlich im bodengrund einbetoniert ist weil es eben feucht wird ganz klar wenn da eine extreme belastung drauf hängt dann ja kann man glaube ich eins in eins zusammen zählen aber gut ist wie es ist es wird eine lösung geben und ja jetzt muss erst mal gesehen werden oder ich muss schauen dass ich alles möglichst gut unter bekomme für den rückbau ja die post war da riesen paket habe ich hier stehen mit einem fass das zeige ich euch jetzt gerade mal ich mache es mal eben drauf schauen wir mal was sich da hübsches drin versteckt da draußen sieht es momentan auch noch ein bisschen aus wie krauten und büben ich wollte eigentlich heute mal ein kleines video von draußen machen wir gehen auch gleich noch mal raus zu den mini teichen aber eben um das mal ganz kurz mitzunehmen ich habe mir auf die schnelle ein fässchen bestellt das sind diese weithalsfässer so heißen sie im fachbegriff ich hole das gute stück gerade mal aus dem karton raus damit es glaube ich ein bisschen einfacher werden da ist das gute stück es passt ein bisschen was rein 220 liter wenn man es denn komplett befüllen möchte es gibt so ein spannring es gibt ordentlichen deckel gut den deckel brauche ich jetzt nicht unbedingt aber es passt in jedem falle ordentlich was rein durchmesser sind glaube ich 58 cm das ganze bei knapp einem meter höhe 98 glaube ich so was um den dreh also ja passt in jedem fall ein bisschen was rein und das wird jetzt erstmal für die nächsten ich denke mal drei oder vier wochen das zwischenzeitliche zu hause werden für die Regenbogenfische weil die müssen raus beziehungsweise das becken muss ja eh komplett leer werden und ich habe aktuell ansonsten keine andere ausweichmöglichkeit ich würde es am liebsten direkt in das Kallachsbecken setzen allerdings sind ja dann noch die Kallachsfische drin die sollen ja aber in den garten das ganze wird noch mal ich denke mal zehn tage vielleicht auch noch zwei wochen dauern so um den dreh pi mal daumen und für die zeit gehen sie jetzt erstmal in die tonne bodengut werde ich ordentlich mitnehmen bepflanzung werde ich mitnehmen einen oder anderen stein werde ich mitnehmen möglichst viel biologie aus dem alten becken eben mitnehmen die beiden filter werde ich anschließen heizung werde ich anschließen das fass werde ich draußen auf den balkon stellen strom ist da kein problem und ja dann denke ich mal kann in aller ruhe das ganze hier hinten dann auch abgebaut werden und es ist wie es ist es ist schade drum absolut aber es ist eben wie gesagt auch kein zustand und ich kann hier nicht ja harakiri spielen wenn ich ihm schon weiß okay das ganze droht mehr oder weniger einzustürzen das vielleicht nicht unbedingt aber man weiß ja nie was passiert wenn man schon weiß okay es kann was passieren dann sollte man auch zügig handeln und da eben nicht groß hatte ich noch zeit verlieren ja also 14 tage drei wochen pi mal daumen kloppen wir erstmal die fisch in die tonne wenn auch im übertragenen sinne ich denke mal das ist schon eine ganz akzeptable lösung allein schon vom platzangebot her ich glaube 22 liter ist jetzt auch erst mal nicht so schlecht ganz kurz noch mal mitgenommen die teile sind lebensmittel echt also man könnte auch lebensmittel drin lagern nach wenn man lustig wäre deswegen habe ich mich eben dafür entschlossen hier so ein ja weithals rundfass zu nehmen ich hätte auch eine ganz normale regentonne aus dem baumarkt nehmen können die gibt es zum teil schon für unter 20 euro allerdings sind die nicht lebensmittel echt und deswegen wollte ich da kein unnötiges risiko eingehen ja bei der mörtelwanne weiß man ja es funktioniert aber mörtelwanne war jetzt auch keine wirkliche option denn ja die regenbogenfische können schon ganz gut springen wenn sie wollen deswegen war mir hier die lösung dann doch irgendwo am liebsten 48 euro bei amazon zwei tage hat es gedauert kam mit dhl eben an ich denke mal hier bis zu dieser bis zu dieser markierung hier werde ich befüllen das ist dann schon mal ordentlich was und dann bleibt in jedem fall noch ein bisschen sicherheitsabstand für den einen oder anderen ausfluchsversuch und dann bin ich eben schon ganz guter dinge dass es hier mit diesem fässchen hier ganz gut funktionieren wird ja den rückbau den abbau den umzug und so weiter machen wir in jedem falle alles zusammen da wird es dann auch die nächsten tage mit weitergehen dass man hier oder dass ich möglichst zügig das becken dann hier auch leer bekomme so ich würde sagen schauen wir mal eben outdoor drüber sonne ist zwar keine da es ist heute mal wieder extrem trübe bedeckt geregnet hat zwar noch nicht aber wir schauen eben dann auch mal auf die mini teiche hier draußen denn unter anderem die japanische schwertlilie ist am blühen sieht schon toll aus keine frage ja die letzten tage ist ein bisschen untergegangen viel viel sonnenschein gehabt hat natürlich gut getan jedem biotop tut das gut wenn die sonne scheint und man sieht es dem ganzen noch an die belege sind ordentlich auf dem rückgang der bodengrund ist wieder richtig schön zu sehen macht richtig viel spaß in der entwicklung mitzunehmen salvinia kommt immer besser die gebelie kommt immer besser fennig kraut wächst und wächst und wächst die minze wächst also es sieht richtig richtig gut aus und ich bin gespannt wie das ganze hier weitergeht ist ja noch früh im jahr werden ja hoffentlich noch einige gute wochen folgen und ja mal schauen wie das ganze hier sich weiterentwickeln wird in der mörtelwanne ja bei den neuen pflanzkübeln in dem einen sieht es ganz gut aus dem anderen nicht ganz so gut hier hinten sieht es ja immer noch so ein bisschen flockig aus am bodengrund da hängt immer noch einiges an algenmaterial herum auch hier oben an der oberfläche nicht ganz so hübsch klar könnte man alles rauskechern aber ein finger weg machen wir nichts dran lassen wir so laufen wie es ist hier drüben hat sich das ganz gut reguliert der bekommt aber auch weniger sonne ab der hier ist eher so halbschatten und der hier ist wenn die sonne da ist hat dann schon der teil steht im schatten und der teil hier drüber steht eben komplett in der sonne und ja thema sonne und pflanzen masse natürlich ziemlich entscheidend gerade so in den ersten wochen vollkommen klar es ist alles ein bisschen spärlich bepflanzt da muss man ein bisschen was rein auch das wird jetzt innerhalb der nächsten zeit noch passieren wir sind ja noch in der entwicklung des ganzen hier und ja was mich so ein bisschen ärgert ist dass ich hier dieses hornkraut gefetzelt hier eingebracht habe weil das seht ihr vielleicht hier ein bisschen besser das sieht irgendwie algenmagisch an das kümmert eben vor sich hin soll angeblich auch treibend funktionieren ja auch hier drüben schaut jetzt nicht wirklich besser aus also das ärgert mich schon ein bisschen dass ich das ausprobiert habe aber gut kommt zeit kommt rad hier wird in jedem falle noch ein bisschen was passieren ja sollte auch optisch noch mal in die richtige richtung gehen richtung teich eben gehen dass auch was raus wächst und ich habe mal beim aufräumen was gefunden was ich eigentlich letztes jahr schon zum einsatz bringen wollte das sind solche schwimmende pflanzbehälter zeig ich euch gerade mal die treiben quasi im wasser und ich werde glaube ich da hinten ein fixieren dass er eben nicht hier so sinnlos in der gegend rum treibt sondern eben sich da hinten in der ecke aufhält schwertli zum beispiel wäre so ein kandidat was ich mir da hinten noch mal sehr sehr gut vorstellen kann und eben den zweiten ich habe zwei davon in anderen kübel die teile sind von super fisch gibt es bei amazon für um die zehn euro habe ich letztes jahr schon geholt wie gesagt sollte eigentlich in die mörtelwanne aber ich habe mich daran hier für diese nirenschale entschieden hat ja auch wunderbar funktioniert das ganze ist ja unterfüttert mit steinen also diese schale steht auf steine und ja deswegen sind diese beiden pflanzlinge hier nie wirklich zum einsatz bekommen aber zumindest gut dass sie da sind denn ich denke mal hier für diese schmal langen kübel sind sie ideal geeignet neben auch nicht so arg viel volumen raus denn das meiste treibt eben an der wasseroberfläche das einzigste was eben unter wasser sitzt man ist dieser ja dieser bereich hier und ich denke mal die werden dann auch beide jeweils einer in den beiden kübel zum einsatz kommen ja in jedem fall noch ein bisschen was zu tun um diese ecke hier entsprechend hübsch zu machen beziehungsweise auch die beiden pflanzkübel dann zu dem zu machen was er eigentlich sein sollen nämlich mini teich biotope ja die box wird langsam leer ich kann mich wieder vernünftig hinsetzen und das treiben mir anschauen eine box mit jungviechen steht noch die anderen beiden plastikboxen stehen hier auf dem tisch die habe ich schon leer gemacht die schauen wir uns gleich mal an die sitzen schon in einem der ländlichen pflanzkübel hier sind noch jede menge schnecken drin die muss ich noch alle absammeln die kommen in jedem fall auch noch mit rüber und dann ist schon mal eine box in jedem fall weniger ja hier eventuell ein paar eier der mit dacca white lamps mal schauen ob da irgendwann mal irgendwas verschlüpft bisher konnte ich noch nichts entdecken aber die hoffnung stirbt zuletzt schauen wir mal ganz kurz auf die medakas die ich schon umgesetzt habe der hund hat sich hier ordentlich bequem gemacht der lässt sich gut gehen ja lass dich nicht stören also die ersten medakar white lamps sind umgezogen hier in diesen neuen pflanzkübel ich wollte ja eigentlich erstmal da hinten den nehmen mit neuem leben einhauchen aber der ist mir wie gesagt noch so ein bisschen flockig der hier ist aus meiner sicht ein bisschen weiter deswegen sind hier die ersten jungtiere eingezogen ja fünf stück erstmal der medakar white lamps so als kleiner erstbesatz und ja es sind ja in jedem falle noch ein paar weitere jungtiere da die noch nachziehen werden innerhalb der nächsten zeit also der eine oder andere kübel möchte in jedem falle noch leer werden damit hier ordentlich richtig schön platz entstehen kann mittlerweile kann ich zumindest mal wieder auf meiner box sitzen aber auch nur deswegen weil die alten medakar white lamps immer noch da unten auf dem boden sitzen oder mal wieder da unten auf dem boden sitzen so ein bisschen schattig aber gut ich muss ab und zu auch mal an die box ran die ist nämlich randvoll mit aquaristik zeug und jedes mal die kübel darunter ziehen hier ist noch eine box mit jungtieren ist eben auch nicht so sonderlich angenehm ja ich war gestern mal im garten hab mal die beiden neuen kübel gestellt die noch entstehen sollen einmal eben für die entler el tigre also für guppis und einmal für die kardinalfische wir haben einmal 90 schlitter rundkübel und ein ich glaube 70 oder 80 schlitter als eckige variante den rundkübel den etwas größeren werden dann die kardinale bekommen und der eckige ist vorgesehen für die entler el tigre ja ich hoffe mal im garten den start hin zu bekommen auch noch diese woche hier damit die ganze geschichte einfach noch so ein kleines bisschen 10 14 tage einlaufen kann und dann anfang juni danach wirklich pünktlich die kardinalfische rüber können damit das calax becken entsprechend dann hergerichtet werden kann für die melano 3 indian acustis vorerst bevor es dann ja mit dem dachlauf letztendlich in richtung neuplanung geht es wird auf eine neuplanung hinauslaufen ganz einfach sehr wahrscheinlich dann unter konstruktion aus alu steck weil es einfach auch flexibel ist ohne ende stabil sowieso egal zum beispiel wie oft habe ich das ding schon verändert und jedes mal würde ich das wieder verändern und es passiert einfach nichts solange man da gewisse dinge berücksichtigt wie stahlkernen hast du nicht gesehen gibt es da überhaupt kein problem und man ist eben auch flexibel wenn ich dann irgendwann mal sage okay komm ich will es irgendwo anders da hinstellen nehme ich es da weg baue es woanders da auf steck es vielleicht nochmal irgendwie um individuell wie ich es haben möchte auch wenn es am ende ein bisschen teurer wird als holz aber es ist einfach eine nummer sicher und irgendwo so auch eine investition dann auch in die zukunft ich nehme an das neue becken wird dann auch noch mal ein ticken größer werden also wenn dann richtig das alte becken würde ich dann glaube ich nicht nochmal nehmen hat jetzt auch schon sieben jahre auf dem buckel ist zwar für ein emmelbecken eigentlich kein alter hat aber auch so ein paar kleine einschläge an der frontscheibe also man sieht eben schon den ein oder anderen kratzer und platzmäßig könnte ich mir 1,40 m maximal da hinten stellen von der höhe her ja will da auch nichts dagegen sprechen das ganze vielleicht in richtung 60er oder 70er beckenhöhe zu gehen bei einer 50er tiefe also in jedem fall einige optionen die dann also steck auch mitbringen weil eben dann einfach eine bombensichere unterbau konstruktion da wäre also von daher es geht in jedem fall weiter und es wird am ende besser definitiv davon gehe ich einfach aus auch wenn das ganze jetzt hier erstmal ja zu einer unzeit kommt und wie gesagt einiges an chaos stiftet aber gut so ist das ich versuche die nächsten tagen so spontan wie möglich die videos euch rein zu hauen dass ihr möglichst viel auch von dem chaos hier mitbekommt beziehungsweise diese veränderung mitbekommt so für heute zum mittwoch würde ich sagen machen wir ein deckelchen drauf für heute wenn ihr fragen habt wenn ihr anregungen habt wie immer gerne ab damit in die kommentare ansonsten sage ich dankeschön fürs zuschauen und würde mich freuen wenn wir uns in einem der nächsten videos wiedersehen habt eine gute zeit und bis bald tschüss